Und willkommen zurück meine Freunde des Internets, da sind wir wieder, der Monkey. So, so fangen wir wieder genau da wieder an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, mit dieser komischen Stelle hier. Okay, ähm, nee, nee. Okay, ich gehöre eindeutig nach links, nehme ich an. Also schauen wir zuerst rechts. Oh, wow, 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 wow. Nope, nope, nope. Nope, nope, nope. Hey, ich sag nope, nope, du rennst weg. Feigling. Feigling, spinne. Okay, nee, ich gehöre anscheinend eh rechts weiter, aber okay, gucken wir jetzt erstmal links. Was wir hier, so. Ja genau, so wollte ich springen, die bin ich. Da sind die Schätze, die ich haben will, nicht dort oben. So, irgendwie, Gott, ich ist nur schon wieder wagen, besser mehr als zu wissen, als... Oh, now I'm gonna diein. Oh, what? Tän, 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 tän. So. Die bin heute bis ein bisschen, bissel, 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 bissel witschig mit den Springen. Ja, I said that, I said that out loud. Okay. So, nee, nee. Das Ganze geht nicht aus. Wie sieht man das abteilen? Nee, wisst ihr was, das sind wieder nur Punkte und ich hab jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Okay, hallo? Unheimliche Schatten. Hey. Come here, though. Bam, 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 bam. God, I hate the spider fingers. Hmm. Hey, da kann ich was kaputt machen. Ähm. Gut. Wie gesagt, Leute, ich weiß, ich sammle nicht alle Punkte ein, aber die, die ich kann, mach ich auch. Und dem, den es stört, tut mir leid, aber... Nee, ich bin nicht so der Punkte-Sammler, ich bin mehr so der... Ich mag Geschichten. Geschichten sind super. Und mich interessiert mehr ein bisschen die Story als zum Beispiel irgendwelche... Oh mein Gott, geh dorthin und du kriegst 300 Bonus-Sternchen oder so. Yay. Und finde ich, bei manchen spielen den Single-Player-Teil sowieso besser als den Multiplayer. Na, komm rauf. Meine Fresse. Okay. Gut. Kleines. Kleines. Okay, da kann ich hier nicht drauf. Ja. Das ist aber eine gute Frage, was ich jetzt machen muss. Äh. Das kaputt machen. Hammer. Me-me-me-near. Please. Das kaputt machen. Das ist es nicht. Gut, aber ich kann jetzt zumindest ein Starro. So, noch eine Kiste. Wozu brauche ich dich denn? Oh, danke Hammer, dass du so toll zurückkehrst, aber du mir meine Kiste kaputt machst. Nicht cool, Junge. Nicht cool, Junge. Hm. Hm. Also, kann ich jetzt nicht bewegen, weil ich hier drauf stehe. So, schauen wir mal. Vielleicht bringt mir das selber noch was. fliegen wir mal hier hin. Ah. Manchmal ist die echt nervig. Oh, da ist hier Holz. Okay. Schieben wir mal das Fass nach vorne. Hm. Darf ich zweifeln? Es ist zu ruhig hier. Zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Nein, ich hole keine Plank. Nein. Get the fuck off, Plank. Das ist mir eindeutig zu ruhig, ey. Hm. Ja. Nein. Was passiert eigentlich, wenn ich dich da hinsetze? Ah, dann gehst du runter. Okay. So, ich geh mal hier hin und gucke, was ich habe. Hui. Oh, das bringt... Aua, das bringt mir ein Fass. Ah, okay. Ah, okay. Now I got it. Ich glaube, ich habe es verstanden jetzt, wie es funktionieren sollte. So, jetzt muss ich jetzt mal mit... Nein. So, mal mit dem. Waff und ich versau's. Natürlich. Halle. I'm so good at Videogames. So, nochmal. Planke. Ich werde es jetzt nicht durchgehen, aber... Ich stelle mich manchmal wirklich winddummer aufhören. So. Darüber. Jetzt muss ich noch ein bisschen timen. So, warte. Warte. Wie geht es jetzt mit dem... Böp. 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 Okay. Nein, I don't got it. Das muss jetzt richtig abtimen. Das ist schon wieder unnervig. Bin auch so der Timer. Time-Jump-Freund. Machen wir's einfach mal ganz stupide einfach. Und setzen wir das mal da hier rüber, ne? So. So. Bis ich da reagiere mit dem Zauber. Bis das drauf fliegt. Das wird ein bisschen wieder anstrengend, Leute. Ich habe das Gefühl. So. Yes. I'm awesome. No, I'm not. Awesome gewesen wäre hier schneller. Ach, wie toll. Oh, da oben ist noch eine Spinne. Oh. Dankeschön. Das ist ja nett, dass du mich gleich zu dem Schatz-Trummel vorhörst. Die Schwester verloren. Die Nacht bricht herein. Nur eine kann wirklich die Königin sein. Ja, ganz eindeutig. Da geht's um einen Streit in der Familie. I want that point. Ich würde jetzt nochmal extra zurückgehen. To save the point. So. Ja, genau. Ich wollte auf dem Stachelball landen. Gute Entscheidung, ne? Was ist das denn neu? Ja, ist es. Könntest du bitte auch für den Stachelbälle noch mitzuwerfen? Das wäre super. Super. Ja, ich wollte das haben. Ich wollte im Säurebad sterben. Die sterben alle so instant schnell. Wie soll denn das schon wieder gehen? Stressig. Bin mir alleine. So. Okay. Dann springen natürlich im Säurebad. Ist doch eh klar. Noch nicht. Gut. Andere Taktik. Kann ich hier irgendwas abdrehen? Ne. Will ich nicht. Ne. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass hier eigentlich... Das war pures Glück, Leute. Pures Glück war das gerade schon wieder mal für mich. Egal. Auch Glücksspiel im Spiel dazu. So, jetzt kann ich nämlich endlich hier rüber. So. Jetzt müssen wir irgendwie uptimern, sodass ich nicht ins Säurebad springe. Aber da finde ich Stachelbälle. Und das ist so. So. Was gewickt diese Scheiße jetzt für mich? Keine Ahnung. Ach, na toll. Tschüssi, Koski. Ach. Das ist so ekelhaft, diese komischen Lauf hier. Hallo. Ähm. Achtung. No. I don't like these Fingis. No, 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 no. Slow. Das ist keine... Hm. Hm. So. Das wäre klar. Hey. Hey, wir unten durchgehen können. Okay. Okay. Tschüss. Weil babbelst du wieder in der Leiche. Okay, was hab ich da jetzt aktiviert? Äh. Es passiert überhaupt nichts. Hört ihr das? Es klingt, als würde etwas klemmen oder als wäre etwas kaputt. Hm. Okay. Okay. Okay, anscheinend muss ich hier irgendwo reinschwimmen, damit ich das irgendwas kaputtes, verklemmtes riechen kann, ne? Okay. Okay. Okay, irgendwie funktioniert es. Ich kann vier Kisten aufstellen. Jetzt schauen wir mal, ob sich das gespart hat. Da auf jeden Fall nicht. Okay. Ach, come on, ich will extra die Kisten abknallen. Und da ist keine Einzige. Okay. Gut, ich hab's kapiert. So, okay. So, wenn dann auf einer Seite. Jetzt ernsthaft? Vorher bleibst du unten mit zwei, jetzt brauchst du drei Kisten. Außerdem ist das irgendwie voll strange. Weil, stelle vor, Leute hätten nicht die drei Kisten gemacht, so wie ich. Da passiert ja auch nichts. Da passiert ja auch nichts. Das sind auch nur wieder... Hm. Da passiert ja nichts, oder? Blockiere weder die Zahnräder noch irgendwas anderes. Hm. Hm. Interesting. Ja, guck. So. Okay, das ist noch ein Hebel. Okay. Okay. Ist so okay, weil ich da das noch nicht beachtet habe. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich rauben und dann Dings machen. Nehm ich an, oder? Aber... Aber ist das nicht nur... Scheinend ist das nur ein Bonus-Level. Eigentlich wollte ich... Ähm... Uh. Hm. So, Punkte. Das sieht nach einer weiteren Aufgabe für den Zauberer aus. Das ist halt... Hoppla. Das ist halt nur die Frage. Die Frage aller Fragen. Ist jetzt... Wie soll ich das jetzt anrichten? So, dass es dann ohne Probleme... ...funktioniert. Ich meine, ich muss das... ...darüber irgendwie bekommen. Moment. Ähm... Frage, ob ich das dann... Legen wir es mal auf die Seite, ne? Oh, ich brauche es dann nämlich... Ähm... ... dafür... ... dann... ... hier... ... dann eigentlich... Okay, nein, brauche ich doch nicht. Dann. Okay. Moment. Momentchen mal. Na komm. So. Dann packen wir das so hin. Oh, das bringt genau gar nichts. Okay, cool. So. Hm. 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 Vielleicht so... ... dann... ... so... Wollen wir mal... ... die Kisten da weg... ... von mir? Ne. Hör auf! Nein! So. So. Vielleicht so. Dann das. Hier. Da. Hm. Hm. Da fehlt mir aber ein Rohr. Hm. Ich glaube einfach, ich muss den... ... den... ... den Luftdruck... ... von hier... ... nach darüber... ... den Luftfeuer nach... ... drinnen. ... ... drinnen. Ich glaube, wenn du sie befestigst... ... arbeitet die Pumpe unten wieder. Ah, richtig. Natürlich. Nein. ... drinnen. ... ... drinnen. ... ... drinnen. Nö, das funktioniert jetzt überhaupt nicht gerade für mich. Machen wir so. So, nein, das ist mal falsch. Machen wir mal, geh weg da, vielleicht, aber machen wir vielleicht, zuerst das da, und zwar so vielleicht, kann ich es dann so anbringen, nee, auch nicht mehr ansatzweise. Hm, Moment, kann ich das... Ach du meine Güte. Ich glaube, wenn du sie befestigst, arbeite die Pumpe unten wieder. So, das heißt, ich kann das eigentlich... So. Dann kann ich das lange Rohr da runter... Nö, Moment. Hm, jetzt habe ich es noch schlechter gemacht. Kann ich das auch vielleicht raus? Na, das nicht. Oh ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Aha! Jetzt wird die Planken weg. Hehehe! So, und das nochmal abzustöpseln. Abzustöpseln. Oh yeah! Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft. Juhu! So, jetzt bin ich gespannt, was ich da kriege. Okay, er pumpt mir das Wasser ab. Was jetzt nicht so geschmeidig ist da. Lass mich raten. Jetzt muss ich erst wieder zurück. Jetzt war ich nur wegen den paar Punkten da. und muss die Pumpe wieder reaktivieren, damit sie das Wasser wieder reinpumpt. War doch klar. Nur für die paar Punkte habe ich das jetzt gemacht. Nein, außerdem baue ich das Fass. Na toll. Aua. Entschuldigung. Sorry Leute, bin an den Mikrofonschutz gekommen. Nämlich, ich muss zuerst die Pumpe aktivieren, um das Wasser wegzupumpeln. Dann, wenn das Wasser weg ist, komme ich zu diesem Fass. So. Ich muss es nämlich hier hinsetzen. Noch halten. Dann habe ich das und zurückgekommen. So, schieb, 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 schieb. So, und bleibt da bitte auch Fass. So. So, jetzt wieder die Pumpe aktivieren. Willkommen. Na komm. Blup. Und die Pumpe aktivieren. Blup. Und das Fass schwimmt nach Oben. So. So, la, la. Ähh. So kom. Solltest du nicht schaffen können, meine D jardin. Yes. So, endlich weiter. Fuck. Ähm... Neee. Fuck, we tollen. Äh! So. Lass mal Pärheber hin. Oh. Oh. Jetzt hätten wir schon nicht Probleme genug. Nein. Spinnen. Komm auch mal hinzu. So. Okay. Wir haben es geschafft. Wei hoi hoi. So. So. Jetzt werde ich jetzt mal einen Schnitt setzen, Leute. Wir sind schon ein bisschen zu lang hier auf dieser Aufnahme. Hehehe. Aber keine Sorge, Leute. Wir sehen uns alle gleich wieder im nächsten Part, meine Freunde. See ya, my friends. Los. Bis bald. Jetzt muss ich gerade noch pointer. Los ... Bis zum nächsten Mal.